Neue Runde im Klamottenkrieg. Nachdem Eva Mendes Jogginghosen auf ihrem Instagram-Profil beleidigt hat, folgt nun die nächste Hosenart. Jeans. Wie die Schauspielerin WhoWatWear verraten hat, findet sie Jeans nämlich ziemlich unbequem. Sollten wir sie also mal in einem Paar erspähen, dann nur weil all ihre Röcke in der Wäsche sind oder einfach nur dreckig. Folgt nun der nächste Shitstorm gegen die Frau von Ryan Gosling? Wir warten's ab. Wir warten's ab.